Man mach einfach jetzt von allen drei Spots eine Aufnahme, ohne dieses Selbstauslöser. Genau, du musst aber immer die Seite hier nehmen. Also die linkere, eine Position. Warum? Weil der Selbstauslöser, der ist rechts an der Kamera und dann schaffe ich es nicht. Wir sollen es ja auch keine machen. Also, hast du was gemacht? Vielleicht müssen wir auf jeden anderen Dings beide drauf sein, deswegen. Okay, dann mach. Quick, into positions! Nice Schuss! Ja, du musst noch mal drei schießen. Aber geh nicht da drauf. Nein, nein! Weil da hattest du gerade das Standbild, als ich das bewegt hatte. Achso. Der perfekte Rückgang für meine Warhero-Photo! Der Timer ist weg! Tu das! Oh nein, Entschuldigung. Ich glaube, ich hätte das hingestanden bin, weil du gedrückt hast, als ich noch drin war. Das kann gut sein. Na? Hatten wir das nicht gerade schon? Nee, das ist alles nicht gespeichert. Nee, gerade geht's gerade. Da gehe ich an, auf den Baum. Nee, das hatten wir nicht, oder? Gerade schon. Wie schon. Ja, stimmt, komm mal. Ja, ich glaube, ich hab... Wir können einfach rechts gucken. Ja. Das hatten wir nicht. Doch, das hatten wir auch. Das hatten wir auch. Und jetzt das andere. Das fehlt, genau. Ja. Und da musst du bedenken, da musst du dahinter gehen. Ja, ja, das hab ich vorhin auch nicht gecheckt. Also dann schon, aber mich gewundert, dass es nicht von vorne ging. Durchglitschen ist nicht. Boah, das war gerade so. Pep. Erreicht haben wir jetzt trotzdem nichts. Egal. Wir haben's fertig. Das Wichtigste. Ich hoffe mal, dass du das fertig hast. Oh, das sieht auch aus wie ein Kampf da unten. Hell, da schauen wir nach hinten. Das sieht gerade aus. Hilfe, Hilfe. Aber die Bienen gehen eigentlich. Boah. Schau ab. Hau da rein in den Schwarm. Komm, wir haben's zum Schließen. Oh, die machen hier Dings. Hey, lass uns doch mal schießen jetzt. Oh, da sind zwei Schwärme jetzt. Oh, da sind zwei Schwärme jetzt. Oh, da ist noch einer. Wie die... Schnellen. Boah, helle. Mein Hammer. Wisst du das? Ja, ja. What? Boah. Ja, auch sie. Ja, also rutschen. Und sonst diese Mauern vor uns freischießen. Ja. Uuh. Boah, gerade so. Versuch immer möglichst mittig zu ballern. Ja, mach ich. Oh, crap. Jetzt hatte ich irgendwie kein Ziel. Ja, aber die sind ja trotzdem durch. Ja, ich muss aber auch selber zielen. Ich muss nie. Boah. Boah. Ja, der Muni spalt alle. Also jetzt geht's wieder... Naja, weil der sich zu viel liegen lässt. Das für Money gibt's aber auch nicht. Boah! Jetzt. Es gibt glaube ich so bestimmte Stellen, wo das Bauer fällt. Noch klebt. Kann ich machen, ein Video! Boah! Okay. Da war nix. Da war kein Glibber und nix. Wenn's geht, versuchen irgendwie zu bremsen. Weil ich ja eher da sein muss. Genau in die Mitte. Ja. Easy. Wow! Boink, 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 boink! Genau! Schön durch den Dreck, die Gesicht... Die Gesicht... Oh... Oh... Oh, come on. Oh, come on... Oh, now what! I think we need to head that way. Come on, Mae, we can't swim in this. Das ist natürlich so ein Tümpel, oder wie? Ich kann nichts machen. Du kannst bestimmt gleich noch irgendwas abballern. Da graut's mir ja jetzt schon vorn. Du musst weiter langen. Siehst du, das Ding hinten hat Leben. Du darfst nicht anecken. Ah, da. Das ist doch sinnlos, wenn dir irgendwelche Viecher um meine Decken vertreten haben. Oder eh nichts. Oh, das macht aber voll Spaß. Bist du noch da? Ja. Nee, alles gut. War du grad so, ich war's da. Ich fang ganz viele. Wie machst du? Vorne. Das springt hier rum und fliegt vom Tod. Ich muss ja gar nicht hin. Nee, du musst, glaube ich, da oben was machen. Nee, du musst. Da was machen, genau. Fahr doch. Ich fang gar keinen Schaden, wenn man da wird. Was schreien denn die so? Weil die Angst haben. Kannst du jederzeit wegkommen, Bruder? Ja. Aber dranbleiben ist besser, dass ich besser steuern. Wir brauchen mehr Wasserwärmchen in der Hand. Ja? Aber was machen sie? Was machst du denn? Alle Hand auf Dach. Und wir bringen eine Skull auf. was blöde ist ich kann jetzt nicht noch muss jetzt irgendwie das sind mehrere da geht nicht in luft knapp oder ist ganz nah dran kann mich manuell auf die ziel hier nach vorne rüster ja sorry 1 dunkle 1 wieder ok so dunkel wäre auch nicht mehr das ist irgendwie cool mit dem boot ah wie schön ne eigentlich ja wo kommen denn die auf einmal her wir sind bei denen doch im garten mini quallen mal anschieben wie schön ärgern ja ich kann doch nach links und rechts schauen ja 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 das ist schon geil ja naja ja da sind schon drüben also wenn ich ich weiß nicht ob woanders liegt aber immer wenn ich springen drückt springt immer ein bisschen später das nervt also also ich dachte du musst vorher was reintun hatte ja schon das ist schon külse geil wäre blabbern vor kein obendrauf cool hat ein eingang ne wo schon mal bei mir liegt es ist geil wie es leuchtet das gub beheb Ist so, wenn man Pilze zu sich nimmt. Boah, das stimmt. Ja, erst dann noch mehr. Ja. Hä? Was ist da jetzt? Ist das was? Brauche ich mich da runter? Ist GOAT! Boah, nice. Was kann der denn? Yeah! Was war denn das? Ach so, man muss noch weiterdenken. Ich mach jetzt noch so einer. Zu dem anderen, oder? Ja. Keine Ahnung, was das ist. Hey! Irgendwas magisches! So, wo geht's mit dem hin? Da hoch, oder was? Ja, und da unten dann... Ah, so, jetzt ist noch einer. Nice! Boah! Ist schon geil gemacht. Boah, was ist das für ein Fisch jetzt? Ein Hammerhai! Hey! Auf den landen sollen? Hey! Ich bin irgendwie tot. Ah, ne. Hä? Du musst auf dem landen. Ja, du musst auf dem landen. Ja, das ist klar. Oh, geil! Hey, das Bild muss mehr in die Mitte. Ja, ne. Ja, ne, ne. Und wie hilft das jetzt? Äh, äh... Na, na. Na, ne. Na, ne. Ne, ne. Es ist groß genug, um uns zu essen. Nein, nein, nein. Ich bekomme eine gute Vibe von diesem Mann. Oh, er bewegt! Ich glaube, er versucht, uns auszuprobieren. Nein, nein, nein! Es ist nur schwimmen! Wo zappelt der denn? Weil wir müssen da schon mitwirken, wenn er sich bewegt. Ja, das bisschen. So kein zappeln. Na, deine, hat das gesagt, dein Charakter. Oh, ich hab kein zappeln. Der fliegt als erstes, haha. Hab ich flitzengedrückt. Da ist noch einer, wollen sie schon abspringen. Auflehnung. Und wir sind auf Seine, Vorsitz,